Eines vorweg, seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigen wir uns mit flexiblen, sich selbst organisierenden, besser interagierenden Produktionsstrukturen. Bereits im Jahr 1992 veröffentlichte der damalige Institutsleiter des Fraunhofer IPA und späterer Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Professor Hans-Jürgen Warnecke, in dem Buch Die Fraktale Fabrik – Erfahrungen und Gedanken zur Unternehmensführung. Das war Vorbote der vierten industriellen Revolution. Nun ist sie volkswirtschaftlich in aller Munde. Konkret zu unserem Beitrag im Kontext von Industrie 4.0. Aufgrund von unseren Erfahrungen können wir Industrie 4.0-Potenziale in Unternehmen lokalisieren, bewerten und Handlungsempfehlungen zur Einführung abgeben. Dazu haben wir einen siebenstufigen Einführungsprozess entwickelt, der mit einem Readiness-Check beginnt und mit der Implementierung enden kann. Aktuell beschäftigen wir uns vor allem mit fünf Themenfeldern im Kontext von Industrie 4.0. Erstens Bewirtschaftung von Komplexität, zweitens Sicherheit in der Cloud, drittens Lackierung im Kontext von Industrie 4.0, viertens 3D-Druck und generative Fertigung und fünftens Automobilbau der Zukunft am Beispiel des Projektes ARENA 2036. Lassen Sie mich ein paar erklärende Worte zu ARENA 2036 sagen. Der kooperative Forschungscampus ARENA 2036, auf dem Industrie- und Forschungseinrichtungen gemeinsam unter einem Dach arbeiten, entwickelt wettbewerbsfähige Produktionsmodelle für das Automobil, also eine flexible Fabrik der Zukunft. 2036 feiert das Auto nämlich sein 150-jähriges Jubiläum. Während heute die Herstellung des Automobils am Band getaktet ist, wird es morgen entkoppelte, voll flexible und hoch integrierte Produktionssysteme geben. Forscher vom Fraunhofer IPA, der Universität Stuttgart und Vertreter aus Unternehmen wie Daimler und Bosch arbeiten an neuen Methoden zur Fertigung und Montage von Leichtbaufahrzeugen und prüfen sie auf Praxistauglichkeit. Der Campus soll zusätzlich ein Motor für die Nachwuchsförderung, Weiterbildung und Chancengleichheit sein. In den nächsten 15 Jahren werden so am Standort Stuttgart mehr als 100 Millionen Euro in dieses Thema investiert.